Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Da sind wir auch schon wieder zum Lesemonat Januar auf meinem kleinen, aber feinen, aber doch sehr laienhaften Literaturkritik-Kanal. Ich hoffe, ihr hattet einen guten ersten Monat in diesem neuen Jahr. Ich hatte eine wunderbare Zeit im Januar. Ich bin ein Kind des Januars und ich freue mich sehr, euch jetzt die literarischen Schätze vorstellen zu können, die mich die letzten Wochen begleitet haben. Ihr könnt mich wie immer in den Kommentaren wissen lassen, welche Werke euch durch den Januar begleitet haben und dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Lesemonat Januar. Exios, das Mädchen, das in den Wellen verschwand, gehört nicht zu den typischen Lesekandidaten bei mir, aber irgendwas an dem Werk hatte mich eben gereizt. Ich bin großer K-Pop-Fan, also ich interessiere mich sehr für koreanische Popkultur, deswegen liegt koreanische Mythologie nicht so weit weg davon und Exio versucht eben in dem Werk koreanische Mythologie und Romantik zu verbinden. So heißt es zumindest. Exio wurde in New York geboren, sie studierte koreanische Geschichte, kreatives Schreiben und hat ein Master in Writing for Young People. Also ein Master darin, für junge Menschen zu schreiben. Ich muss es gleich dazu sagen, wenn das die Art ist, für junge Menschen zu schreiben, dann tut es mir leid für die jungen Menschen. Aber fangen wir mal von vorne an. Wir haben die 16-jährige Mina und Mina lebt eben in einer Gegend, in der das Meer große Macht hat und es gibt einen Meeresgott, der eben über die Gewalt und die Macht des Meeres herrscht. Und dieser Meeresgott ist nicht sehr gut zu den Menschen. Also er fordert immer wieder Opfer. Es sterben immer wieder Menschen im Meer. Die Gegend wird von Stürmen heimgeplagt. Man kann es sich vorstellen. Und deswegen muss das Volk, das eben dort lebt, regelmäßig Frauen dem Meeresgott opfern, die dann eben die rechtmäßige Braut des Meeresgottes werden und so eben diesen Meeresgott besänftigen können. Nun ist es so, dass Minas Schwägerin die Braut des Meeresgottes werden soll und eben geopfert werden soll. Aber das will ja Mina jetzt nicht, weil dann wäre ihr Bruder traurig und sie will ja nicht, dass ihr Bruder traurig wird. Und deswegen muss sie ihre Schwägerin retten und wirft sich deswegen ins Meer. Und so starten wir auch in die Geschichte. Zack, boom, bang, wir sind unten, es geht los. Und so geht die Geschichte weiter. Zack, boom, bang, es geht weiter, es geht los. Es geht weiter, es geht los. Dieses ganze Buch ungelogen hat sich für mich wie ein Schlauchlevel angefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr Videospiele, Computerspiele kennt. Da gibt es das Phänomen eines Schlauchlevels, wo du als Spieler keine andere Möglichkeit hast, als immer nur diesen Schlauch in dem Level entlang zu gehen. Das heißt, jede Entscheidung wird ja abgenommen. Und so hat sich dieses Buch angefühlt. Dinge wurden erst benannt, wenn sie wichtig waren. Es sind keine Räume entstanden, es sind keine Orte entstanden, es sind keine Persönlichkeiten entstanden. Die Dinge waren dann erst da und wurden dann erst benannt, wenn sie wichtig waren. Wir gingen durch den Torbogen. Welcher Torbogen? Wir sahen dann den Pavillon. Wo kommt jetzt der Pavillon her? Ich drückte die Klinke runter und ging durch die Tür. Durch welche Tür? Es hat sich einfach so angefühlt, als hätte XCO mich als Leser an den Haaren gepackt. Und dann hat sie mich ordentlich durch jede Seite gepeitscht, in der sie nicht mal hat Orte entstehen lassen, Werte entstehen lassen, Atmosphäre entstehen lassen. Nichts, Leute. Die Dinge waren dann erst immer da, wenn sie für die Geschichte wichtig waren. Und merkt euch das. Das ist einfach die Art, wie XCO ihre Geschichte aufbaut. Nämlich, dass da plötzlich Dinge da sind, aufgrund derer die Geschichte dann plötzlich weitergehen kann. Und das hatte für mich einfach alles das Gefühl von, XCO traut ihren Lesern nicht mehr als zwei Hirnzellen zu. Es ist wirklich so. Diese Theorie spinnt sich weiter, wenn wir uns die Sprache des Werkes angucken. Stilistisch absolute Katastrophe. Was soll hier schön sein? Es war haxelig, kraxelig. Ich weiß nicht, ob es die Übersetzung war. Ich weiß nicht, ob XCO mit Absicht so schreibt. Aber manche Sätze haben auch einfach keinen Sinn ergeben. Es gibt einen glorreichen Satz. Es gibt mehrere glorreiche Sätze. Leute, ich will euch nicht zu viel verraten. Es gibt mehrere glorreiche Sätze, die einfach sehr bedeutungsschwanger angehaucht sind und die dann dem Leser irgendein Gefühl von geben sollen. Aber wenn man sich die Sätze anguckt, machen sie keinen Sinn. Die Sätze machen mich aggressiv. Ihr merkt es. Wenn man sich die Sätze anguckt, machen sie keinen Sinn. Wir haben hier diesen glorreichen Satz. Nichts Außergewöhnliches wird je aus Vernunft oder Logik heraus vollbracht, sondern weil es der einzige Weg ist, unsere Seelen atmen zu lassen. Verstanden? Das hat für mich in etwa die gleiche Sinnhaftigkeit wie draußen ist es kälter als nachts und Cola schmeckt besser als aus dem Glas. Der erste Teil des Satzes stellt ja eine Behauptung auf und dann erwartet man, dass das im zweiten Teil des Satzes ergänzt oder korrigiert wird. Stattdessen haben wir im zweiten Satz eine Sache, eine Begründung für irgendwas, was gar nicht in Bezug zum ersten Teil des Satzes steht. Was? Sondern wird er verwendet, um einen Gegensatz herzustellen. Also es passt nicht. Sondern wäre ja gegensätzlich. Warum kommt jetzt eine Begründung für irgendwas, was keinen Bezug zum ersten Teil des Satzes hat? Es ging doch gar nicht darum, die Seelen atmen zu lassen. Wieso wird das jetzt in Bezug zueinander gesetzt? Und das ist der Punkt, an dem ich eben die Wände hochgehe. Du gibst mir so eine flache Welt, du gibst mir flache Protagonisten, du hängst deine ganze Geschichte nur an diesem sehr instabilen Konstrukt der koreanischen Mythologie auf und du erwartest dann, dass ich als Leser das fresse und dann streust du noch so kleine, eigentlich sinnlose, aber dennoch sich irgendwie gut anhörende, bedeutungsschwangere Sätze rein und dann denkst du, das passt schon für deine Leser. Für deine Leser wird es schon passen. Ich finde es ein bisschen frech den Lesern gegenüber. Also ich finde, ein Leser hat eine Geschichte verdient, die ihn auch ein bisschen herausfordert. Man kann doch eine Protagonistin mit Charakter hier reinschreiben. Man kann doch eine selbstbewusste Protagonistin hier reinschreiben. Man kann doch jemanden reinschreiben, der nicht oberflächlich ist, sich nach zwei Minuten in jeden Typen verliebt und jeder Typ sieht sowieso nur gut aus in ihrer Sicht. Dieses zarte Konstrukt der koreanischen Mythologie, für das sich XCO hier entschieden hat, war in dem Sinne eine gute Idee, weil sie Dinge einfach schreiben konnte und man sagen kann, es ist koreanische Mythologie, die Dinge sind halt so. Okay, da kann ich mitgehen. Womit ich aber nicht mitgehen kann, ist, dass zufällig genau das richtige Papierschiffchen aus tausenden von Papierschiffchen an unsere Protagonistin vorbeifährt. Und natürlich ist dieses Papierschiffchen jetzt das Allerwichtigste in diesem Werk. Natürlich war es das Allerwichtigste, weil es die einzige Möglichkeit war, diese Geschichte hier weiter voranzutreiben. Und das ist auch wieder ein Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass XCO mich für blöd verkauft, weil selbst ich mich gefragt habe, was jetzt an diesem Papierschiffchen denn sein soll. Wir hatten doch einen ganz anderen Auftrag da unten. Wir hatten doch ganz andere Ziele. Wieso ist das Papierschiffchen jetzt so wichtig? Natürlich, damit die Geschichte weitergehen kann. An dem Punkt habe ich mich eben auch wieder für blöd verkauft gefühlt, weil der Autorin einfach nichts anderes eingefallen ist, als unsere Protagonistin völlig irrational ein Papierschiffchen für das Allerwichtigste auf der Welt halten zu lassen. Und natürlich verliebt sich unsere Protagonistin auch in einem Rahmen, wo ich nicht mal Ahnung habe, wie man sich da so verlieben hätte können. Also ich weiß nicht, wo die Liebe entstanden sein soll. Keine Ahnung. Die haben ja nicht mal über irgendwas geredet. Also außer ich helfe dir, du hilfst mir, war einfach nicht viel zwischen denen, außer dass unsere Protagonistin die Typen alle ziemlich süß fanden. Die sahen alle so gut aus. Thema, die sahen alle so gut aus. Wie praktisch, dass in dieser Geisterwelt einfach jeder 16 ist. Außer diejenigen, die nicht 16 sein müssen, weil es sonst komisch für die Geschichte wäre. Also jeden, den wir als Protagonist geil finden, der ist 16. Check. Wäre ja dumm. Wenn unsere Protagonistin mit einem Jahrhunderte alten Meeresgott rummachen müsste. Warte. Also es kam mir auch vor, als hätte sich Exio bei der Wahl der Geisterwesen einfach das leichteste rausgesucht, indem sie einfach gesagt hat, okay, die Typen, auf die ich stehe, die mache ich 16 Jahre alt und alle anderen, die unwichtig sind in der Geisterwelt, sind halt so alt, wie sie sind. Praktischerweise ist der Meeresgott 16 Jahre alt. Ist er aber eigentlich nicht, weil eigentlich ist er Jahrhunderte Jahre alt. Versteht ihr? Er sieht nur aus wie ein 16-Jähriger. Wir haben einen Jahrhunderte alten Meeresgott, der sich gut gehalten hat und mit einer 16-Jährigen eventuell oder nicht anwendelt. Bin ich die Einzige, die das komisch findet? Dass jemand, der wie 16 aussieht, aber Jahrhunderte alt ist, es okay findet, mit einer 16-Jährigen rumzudaten? Das Buch kommt einfach nicht gut weg bei mir. Exio hat keine Welt entstehen lassen. Exio hat keine Protagonisten entstehen lassen. Sie hat keine Magie entstehen lassen. Sie hat einfach dumme Zufälle genommen, die sie dann als schicksalweisend dargestellt hat, obwohl es wirklich einfach nur ein dummer Zufall war, weswegen ihre Geschichte irgendwie weiterging. Sie hat mir weder die Protagonistin verkaufen können, noch den Meeresgott verkaufen können. Es hat sich wirklich nur so angefühlt, als hätte sie einfach, so dumm es sich jetzt einfach nur anhört, als hätte sie einfach nur eine Geschichte um diese koreanische Mythologie schreiben wollen und die hat sie nicht gut geschrieben. Und dann hat sie irgendwelche bedeutungsschwangeren Sätze genommen und hat sie einfach nur so in die Lücken rein und dann wird das Ganze schon irgendwie heben. Aber für mich hebt es eben gar nicht. Es gibt so tolle Jugendbücher, es gibt so tolle Kinderbücher. Ich weiß, dass nicht alles welzerreißend sein muss. Ich weiß, dass nicht jede Literatur die wichtigste der Welt sein muss, um Menschen zu bewegen. Aber ich weiß auch, dass man seinen Lesern zwei, drei Hirnzellen mehr zutrauen kann, als es Exio tut. Das hatte für mich wirklich den Geschmack von bloß nicht die Leute überfordern. Bloß nicht. Und ich finde, es ist kein schöner Ansatz, um Geschichten für junge Leute zu schreiben. Junge Leute haben Geschichten verdient, die sie mitnehmen, die sie mitreißen, mit starken Protagonisten, mit tollen, ungezähmten Welten, mit Geisterwelten, die man sich nie hätte vorstellen können. Junge Menschen haben das Recht, so was zu erleben. Und dieses Werk hätte ja auch das Potenzial gehabt, wenigstens in einer der Kategorien überzeugend zu sein. Versteht ihr wenigstens, dass die Geisterwelt so herausragend gut gewesen wäre oder dass unsere Protagonistin herausragend stark gewesen wäre oder dass irgendwas hier in diesem Werk gewesen wäre, dass ich sage, ja, gut gemacht. Nichts durch die Seiten peitschen, den Leser an den Haaren packen, durch die Gassen ziehen, durch die Seiten peitschen, so fühlt sich dieses Buch an. Schnell die Geschichte erzählt, niemanden überfordert, kann man für 10 Euro als Taschenbuch verkaufen, Ziel erreicht. Ich weiß, dass das für viele langt. Für mich langt es nicht. Ich erwarte eben ein bisschen mehr von einem Autoren. Ich erwarte ein bisschen mehr von einem Charakter, der entsteht, von einer Welt, die ich entstehen lasse. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie man dieses Buch besser hätte machen können und keine wurde genutzt. Es ist für mich einfach eine hohle Geschichte. Es ist für mich einfach ein Buch, wo man gesagt hat, ja, Koreanisch verkauft sich gerade gut, K-Pop ist gerade so, yeah, 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 machen wir auf jeden Fall. Und dann finden wir noch jemanden, der eine Geschichte schreibt, die bloß niemanden überfordert. Natürlich kann man jetzt sagen, was hast du erwartet? Du wusstest, auf was du dich einlässt? Ja und nein. Wenn ich an den Krimi rangehe, gehe ich da auch anders ran, als wenn ich Thomas Bernhard lese. Wenn ich Exio lese, gehe ich anders ran, als wenn ich Hertha Müller lese. Das ist für mich völlig klar. Aber ich möchte trotzdem nicht als Leser für dumm verkauft werden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Autor mich einfach für dumm verkaufen will, dass er sich einfach nicht die Mühe machen wollte, weil er davon ausgeht, dass ich es eh nicht wert bin oder dass die Geschichte sonst zu kompliziert wäre. Obwohl es der Geschichte einfach noch gut getan hätte, ein bisschen mehr Tiefe in irgendeinem Aspekt zu bekommen. Und dann noch diese dummen, bedeutungsschwangeren Sätze, die grammatikalisch nicht gut sind und von der Sinnhaftigkeit auch in Frage gestellt werden müssen, mit dem man meint, irgendwas wieder gut machen zu können als Autor. Lass es doch bitte. Die Sätze hauen es dann auch nicht mehr raus. Wisst ihr, das hört sich so an wie so ein Satz, wo Exio einfach zwei Wochen überlegt hat, wie sie den formulieren soll? Und dann formuliert sie ihn so falsch. Natürlich weiß ich an der Stelle nicht, wie inwieweit die Übersetzung hier mit reinspielt, aber Exio hat es auf Englisch geschrieben. Also es wird nicht aus dem Koranischen übersetzt, sie hat es auf Englisch geschrieben und es wird dann auf Deutsch übersetzt. Also ich nehme einfach an, dass Englisch jetzt die meist übersetzte Sprache im deutschen Literatur-Business ist. Und dann gehe ich einfach davon aus, dass diese Übersetzung sitzen sollte. Und dann gehe ich davon aus, dass Exio einfach so nicht flüssig schreibt. Und dann war es einfach so, dass ich nach circa ein Viertel des Buches zu meinem Mann gesagt habe, pass auf, es wird so sein, das so und so und das so und so. Und tatsächlich kam es so. Und ich bin nicht die Hellste in der Kapelle, was das angeht. Also ich durchblicke nicht immer gerade, wo mich ein Autor hinführen will und wo nicht. Aber bei Exio habe ich von Anfang an gesagt, pass auf, es wird so kommen und es wird so kommen und so kam es. Liebe Grüße an meinen Mann, der sich das hier auch reingezogen hat und zu der gleichen vernichtenden Meinung gekommen ist wie ich, nämlich, dass man seinen Leser ruhig ein, zwei Hirnzellen mehr zutrauen kann und dass es schade ist, wenn es Autorinnen nicht nutzen. Ich kann dementsprechend das Argument, was hast du erwartet, nicht stehen lassen. Ich habe wenigstens eine Geschichte erwartet, die adäquat und angemessen für junge Leute ist, die denen eine gute Freizeitbeschäftigung bietet und die denen ein bisschen Zauber und Magie und vielleicht ein bisschen Romantik bietet. Aber dieses Buch hatte einfach nichts davon, Leute. Es hatte gar nichts davon. Die Liebe, die entstehen sollte, keine Ahnung, wo die entstanden ist. Keine Entwicklung der Protagonistin, außer bin ich die wahre Frau, bin ich nicht die wahre Frau, bin ich die wahre Frau, ich bin die wahre Frau, ich bin nicht die wahre Frau. Das ist die einzige Entwicklung, die wir bei unseren Protagonisten haben. Axio hat keine Welten entstehen lassen, geschweige denn mysteriöse Geisterwelten entstehen lassen, geschweige denn irgendeine realitätsnahe Welt entstehen lassen. Das war für mich einfach nichts, Leute. Und ich werde mich auf diesem Berg verkämpfen und auf diesem Berg sterben. Es gibt Kinderbücher, die tausendmal besser sind als das hier. Es gibt Jugendliteratur, die tausendmal besser ist als das hier. Und die wollen nicht mal so viel sein wie dieses Werk. Dieses Buch war für mich ein perfektes Kontrastprogramm, um wieder zu wissen, was ich an Büchern liebe. Um wieder zu wissen, nee, da gehört doch ein bisschen mehr dazu. Ich denke, es ist klar geworden, warum diese Geschichte nichts für mich war. Ich denke, ich werde auch nichts von Axio lesen. Ich denke, ich werde aber weiterhin regelmäßig verschiedene Genre und Gefilde der Literatur besuchen, einfach nur um zu gucken, wie es da so ist. Manchmal muss man ja woanders hingehen, um dann festzustellen, wie schön es doch zu Hause war. So Leute, dann seid ihr gefragt. Bitte nennt mir euren augenverdrehungswürdigsten Satz, eure augenverdrehungswürdigste Jugendliteratur, eure augenverdrehungswürdigste Romance. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, was war bei euch das letzte Werk, wo ihr das gleiche Gefühl hattet wie ich mit Axio. Han Kangs Weiß ist das letzte auf Deutsch übersetzte Werk von Han Kang, das ich noch nicht gelesen habe. Griechischstunden kommt am 14. Februar 2024 raus. Dieses Werk ist 2011 bereits auf koreanisch erschienen und erscheint dann auf Deutsch. Aber wie gesagt, erstmal habe ich jetzt Weiß von Han Kang gelesen. Ich habe mir wahrscheinlich auch das bis zum Schluss aufgehoben, weil es ja in dem Sinne keine Geschichte ist oder kein Roman ist. Ich würde es schon eher als Gesamtkunstwerk interpretieren. Es sind einfach Han Kangs Gedanken, Überlegungen zu Trauer und Tod. Und diese Gedanken rund um Trauer und Tod, die spinnt Han Kang um das Schicksal ihrer Schwester. Ihre Schwester, ihre ältere Schwester war nur wenige Stunden auf der Welt. Also sie hat nur wenige Stunden gelebt. Und diese Erfahrung nimmt jetzt Han Kang und spinnt darum eben verschiedenste Essays, verschiedenste Gedanken, verschiedenste Gedankenspiele. Und das macht sie aber auf ihre Art, wie nur sie es kann. Und das macht sie eben auf ihre Art, wie man dann durch den Tod ihrer Schwester plötzlich mit Han Kang das Gefühl hatte, irgendwas verloren zu haben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Das ist eins ihrer persönlichsten Werke und auch eins ihrer intimsten Werke. Aber die Art, wie sie uns zart an die Geschichte ihrer Schwester herangeführt hat und was auch das Schicksal ihrer Schwester für ihr Leben bedeutet und für das Leben ihrer Eltern bedeutet hat und all die vielen Gedanken, die man sich dann drumherum um diesen Todesfall, um diesen Trauerfall spinnt, die schafft es halt Han Kang nochmal in Bezug zueinander zu setzen und in so eine literarisch starke Sprache zu verpacken, dass man selber eben durch seine eigene Trauer geht. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie macht es irgendwie so, dass ich mich plötzlich in dem Schicksal der Schwester so wiedergefunden habe und wirklich Rotz und Wasser bei dem Werk geweint habe, weil ich niemals erwartet habe, dass ich mit Han Kang so durch ihre Trauer gehe und dass ich auf so eine neue Art durch Trauer gehe und dass mir ein Mensch mit einem Werk seine Trauer wie auf einem Serviertablett darlegt und ich tatsächlich diese Trauer sehen kann und etwas Wertvolles sehe. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich hier irgendwas mit Han Kang verloren habe oder dass ich eine schwierige Zeit mit ihr hatte. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass Han Kang einen Weg gefunden hat, ihre Trauer in solche Worte zu packen, dass sie helfen können, in solche Worte zu packen, dass sie einen ummanteln können, dass man seine eigene Trauer in Han Kangs Trauer reinlegen kann. Und es ist etwas so Intimes, seine Trauer so beschreiben zu können, dass trotzdem jemand anderes seine eigene Trauer da reinlegen kann. Und Trauer ist sowas doch so Zartes. Und ich bin so froh, dass Han Kang diese Note gefunden hat, die ich eben bei Trauer so oft finde. Ich finde sie oft sehr wuchtig und sehr schwer und sehr alles vernichtend dargestellt. Aber Trauer ist für mich ganz, ganz oft was ganz, ganz Tartes. Nur so eine leichte Schwingung in der Luft, das ist manchmal Trauer für mich. Und ich finde diese Ambivalenz, die Han Kang in der Trauer dargestellt hat, das ist genau das, was ich auch empfinde, dass Trauer eben manchmal was ist, was einem wie ein Knüppel erschlägt. Und manchmal ist Trauer eben was ganz Zartes. Etwas, was kaum in Berührung mit unserem Leben kommt oder wo wir im Alltag eben kaum Berührung mit haben. Aber dennoch ist diese Zartheit der Trauer irgendwie immer da. Man darf dieses Werk nicht wie eine Geschichte lesen. Und da hat man eine Geschichte gelesen. Es ist wirklich ein Buch, mit dem man irgendwie mehr Zeit verbringen möchte. Ein sehr tiefgründiges Buch, das einen aber irgendwie auch kalt erwischt. Es hat mich wirklich sehr kalt erwischt. Obwohl ich ja weiß, was Han Kang mit mir macht und obwohl ich weiß, was sie kann, hat mich dieses Werk trotzdem so kalt erwischt, weil ich ja niemals dachte, dass die Geschichte, die Han Kang mir erzählt, dass das irgendwas in dem auffühlen würde, was ich in meinem Leben erlebt habe. Aber so ist es doch. Hinter jedem Erlebnis steckt irgendwie ein Gefühl und manchmal kann man sich durch dieses Gefühl eben mit vielen Menschen verbinden. Und das hat Han Kang einfach auf eine einzigartige Art und Weise hinbekommen. Was für mich auch hier drin steckte, war der Gedanke, dass wir in Trauer so ähnlich sind, aber doch auch so verschieden sind. Also es ist ja völlig absurd, wie gleich sich Trauer für viele anfühlt und wie unterschiedlich wir doch mit der Trauer umgehen. Also wie es für einen einfach hilfreich ist, sich nicht mit Tod und Trauer zu befassen, während der andere eben ruhige Stunden braucht, in denen er einfach nur trauern und nur weinen und nur das Nachdenken braucht. Es ist so absurd, wie Han Kang all das auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat und doch die gemeinsamen Nenner in den Fokus gestellt hat. Wo man sich ja auch gut wiederfindet, sind diese Gedanken, die man sich einfach macht. Also wie man, wie ich als existierendes Wesen mir das dann vorstellen kann, dass jemand, der vorher da war, eben nicht da ist. Also was kann man denn in diesem Nicht-Existieren? Ist das Nicht-Existieren auch ein Zustand? Welche Fähigkeiten hat man? Welche Erinnerungen hat man? Was ist man denn in diesem Nicht-Existieren? Man kann sich dieses Nicht-Existierende irgendwie an uns existierende nähern. Gibt es eine Möglichkeit zu kommunizieren? Das sind all diese völlig absurden Gedanken, wo man in Trauer aber sehr gut und sehr oft hinkommt, dass man einfach denkt, ich sage es jetzt einfach laut, weil vielleicht bist du da. Aber was ist, wenn ich es laut sage und du verstehst meine Worte gar nicht? Und völlig absurd werden die Gedanken ja dann auch, wenn man sich fragt, okay, welchen Zustand hat man dann in seinem Nicht-Existenzsein? Also werde ich jetzt, wenn ich mit 60 sterbe, bin ich dann 60 als Geist oder wie alt bin ich denn dann als Geist in meiner Nicht-Existenz? Das waren so viele Dinge, die ich aus meiner Trauer kannte und eben auch viele Dinge, die ich nicht aus meiner Trauer kannte, aber die, in denen ich mich einfach gut wiedererkennen konnte, weil sie eben so heimisch sind für Menschen, die getrauert haben. Also hier steckte viel davon drin, was man in Trauer gemeinsam hat und was einen in der Trauer unterscheidet, aber hier steckt da auch viel davon drin, dass in diesem an den Verstorbenen denken und an die Menschen denken, die jetzt nicht mehr existent sind, dass in diesem viel Stärke steckt und dass es vor allem ein Weg ist, die Menschen, die man unterwegs verloren hat, dass es ein Weg ist, diesen Menschen ein Monument zu setzen. Also Han Kang hat mit diesem Werk ihrer Schwester ein unglaubliches Monument gesetzt. Das ist unglaublich, wie Han Kang ihre verstorbene Schwester verschriftlicht hat und wie sie ihr dadurch eine Möglichkeit gegeben hat, doch am Leben zu sein und doch was zu bewirken. Und das war für mich das, wo sie mir einfach wieder einen neuen Weg gezeigt hat, was Literatur kann. Literatur kann auch ein Vermächtnis sein. Literatur kann auch die Erinnerung an jemand sein, den man nie gekannt hat, aber den man einfach jetzt ein Monument setzen muss, wenn man genau weiß, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich nicht hier. Und auch, dass in dieser doch sehr absurden Beziehung doch viel Trauer stecken kann, weil Han Kang ihre Schwester ja nie kennengelernt hat. Das war auch nochmal was, was diese Trauer in eine ganz andere Relation gesetzt hat. Also wie betrauert man denn jemanden, der nie die Möglichkeit hatte, ein vollwertiger Mensch zu werden, der nie erwachsen wurde, der nie einen Charakter entwickelt hat? Wie kann man so jemanden betrauern? Das sind alles so wichtige und so essentielle Gedanken drin. Und ich bin so froh, dass sich Han Kang diese Gedanken gemacht hat und dass sie uns ihre Trauer über ihre Schwester in so einem Werk geschenkt hat. Das ist für mich ein wahres Geschenk, dass sie die Kunst fertig bringt, ihre Trauer zu nehmen und sowas draus zu machen und gleichzeitig so ein schönes Monument für ihre Schwesterschaft, dass ihre Schwester jetzt lebt, am Leben ist und was bewirkt. Und wahrscheinlich war es auch deswegen, weil es eben das privateste Werk von Han Kang ist, einfach so aufwühlend und aufreibend. Und ich habe mich in ihrer Trauer wiedergefunden und ihre Trauer auch vermischte sich mit meiner Trauer. Und es war einfach so einmalig, so wie es Han Kang einfach immer wieder schafft, dass ihre Bücher für mich immer, immer eine einmalige Erfahrung sind. Ich habe nie das Gefühl, das kenne ich schon von so und so oder das kenne ich schon von so und so. Ich habe bei ihr immer das Gefühl, dass sie einfach stark genug ist, um ihre Geschichten zu schreiben und stark genug ist, um ihre Geschichten auf ihre Art zu schreiben. Und sie ist eben auch stark genug, einfach keine Geschichte zu schreiben, sondern einfach ein Kunstwerk darüber zu machen, was Trauer bedeutet, was Trauer bedeuten kann und was Trauer für sie bedeutet. Ich weiß, ich schwärme immer nur von Han Kang, aber ich werde einfach nicht müde, von ihr zu schwärmen, weil sie mir einfach immer wieder zeigt, dass es sich lohnt, anders zu denken, dass es sich lohnt, was anderes zu wagen. Und umso mehr lobe ich mir Autorinnen, die selbstbewusst genug in ihrem Schreiben sind, um zu sagen, nein, ich schreibe so. Das sind die Geschichten, die ich erzählen möchte und die erzähle ich auch so. Ich glaube nicht, dass Han Kang von Anfang an nur von jedem beklatscht wurde. Ich glaube, dass auch sie sehr schwere Stunden hat, in denen sie sich fragen musste, wer liest meine Literatur? Und ich denke, sie musste sich auch oft genug anhören, dass ihre Literatur extrem ist. Aber was kümmert es Han Kang? Es ist ihre Literatur und das ist für mich das Einzigartige an Literatur. Wenn du deine Literatur, deine Werke so machst, dass man merkt, dass es deine sind, weil dann ist es auch etwas, was dir keiner wegnehmen kann. Aber wenn du eben nie die Chance hattest, so eine Qualität, so ein Selbstbewusstsein in deinem Schreiben hinzukriegen, wenn du immer nur das geschrieben hast, was der Leser gerne lesen würde, dann hast du ja nicht mal die Möglichkeit, dich dahin zu entfalten, wo du dich eventuell noch entfalten könntest, weil du immer damit beschäftigt bist, eben das zu schreiben, was die Leser gern lesen würden. Und Han Kang ist für mich das beste Beispiel dafür, dass es nicht immer das sein muss, was der Leser gerne liest. Es gibt genügend, die mit Han Kangs Werken nichts anfangen können und trotzdem spricht sie für sich. Und das kann ja keiner wegnehmen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe auch das starke Gefühl, dass das ein gutes Buch zum Verschenken ist. Also ich weiß, wem ich das Buch schenken kann. Ich weiß, wer diese feinen Nuancen eventuell wahrnehmen könnte, die Han Kang hier aussendet. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es genügend Menschen gibt, die mit dieser Art der Trauerbewältigung oder mit dieser Art, literarische Texte zu verfassen, nicht klarkommt. Wie gesagt, ich finde, man muss dieses Werk als Kunstwerk sehen. Man muss es als Gesamtwerk sehen mit all dem, was Han Kang hier reingesteckt hat, mit ihren Gedanken, mit ihrer literarischen Stärke, mit den Bildern, die sie genommen hat, mit den Symboliken, die sie immer wieder aufbaut und dann natürlich auch mit dem tragischen Schicksal ihrer Schwester. Ein Gesamtkunstwerk, aber ich finde auch, dass man für dieses Gesamtkunstwerk eben einen guten Moment braucht. Man ist schnell durch, durch dieses Werk, keine Angst, aber trotzdem braucht man eben diesen guten Moment, wo man sich eben auf diese Art der Kunst einlassen kann. Dann hatte ich mal wieder Lust auf einen Gruselroman und habe mich für Der Fluch von Ashburn House von Darcy Coates entschieden, nachdem ich letztes Jahr Der Fluch von Carol House von ihr gelesen habe und sehr begeistert war. Und nun sind wir, wie gesagt, in Ashburn House unterwegs. Wir begleiten Adrienne. Adrienne ist gerade in einer verzwickten Situation in ihrem Leben. Sie hat sehr wenig Geld, steht mit ihrem Kater Wolfgang sozusagen auf der Straße, aber sie hat ein Haus geerbt von ihrer verstorbenen Tante. Und nun kommen wir in diesem Haus in Ashburn House an und stellen fest, dass ein paar Dinge irgendwie komisch sind an diesem Haus. Natürlich hat es hier den typischen Horrorfilm-Flair. Wir haben ein verlassenes Haus. Wir haben drumherum sehr viel Wald, sehr viel Natur, aber nicht sehr viel Hilfe. Das nächste Dörfchen ist ein ganzes Stückchen entfernt und natürlich hat dieses Haus nur so eine gewisse Abgelegenheit. Dazu kommt, dass Ashburn House nicht das modernste Haus ist. Also wir haben auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Natürlich geht das Licht nicht. Natürlich ist es kalt. Also unsere Adrienne hat erst ein bisschen was zu tun, bis sie sich es dort wohl nicht einrichten kann. Und sie weiß auch gar nicht, wieso sie Ashburn House bekommen hat. Also die Frage stellt sich ihr, wieso ihre Tante überhaupt auf sie gekommen ist, weil sie eigentlich keinen Kontakt zu ihrer Tante hatte. Und das Ganze wird auch ziemlich spät zwar erst, aber es wird auch geklärt. Ich würde es jetzt auch eher als Mystery-Roman beschreiben. So richtig gegruselt habe ich mich schon an einigen Stellen. Aber ich muss sagen, dass Carol House, was den Grusel angeht, doch mehr zu bieten hatte. Nichtsdestotrotz hatte das hier seinen eigenen Flair. Wir sind ja mit der Protagonistin allein in diesem alten Haus und wir wissen ja auch gar nicht, was wir mit diesem Haus anfangen sollen oder nicht. Und dann haben wir eben noch sehr weltliche Probleme. Wir müssen uns um unseren Kater kümmern. Wir haben wenig zu essen. Wir müssen das Haus instand setzen, dass wir da leben können. Und wir müssen vor allem herausfinden, was in diesem Haus eigentlich passiert ist, weil die Gerüchteküche brodelt. Es ist ein kleines Dörfchen, was da um das Haus herum ist. Und in diesem kleinen Dörfchen erzählt man sich allerhand Dinge über die Familie, die in diesem Haus gewohnt hat. Natürlich sind die ersten paar Nächte in diesem Haus herausfordernd, möchte ich sagen. Und das Ganze steigert sich natürlich zu einer Kakophonie von gruseligen Dingen und mysteriösen Dingen, die passieren, bis es am Ende dann wieder sehr deutlich wurde, was Phase ist und was eigentlich von uns gewollt wird in diesem Roman. Die Art, wie das Ganze am Ende aufgelöst wurde, macht schon Sinn. Also ich kann mitgehen mit all dem, was hier beschrieben wurde. Für mich gehört zu Mystery und Gruselromanen eben dazu, dass es eben jetzt nicht die realistischste Lösung sein kann, weil Leute, es geht um Geister. Deswegen ist es okay, wenn da für mich keine rationale Lösung dahinter steht, sondern wenn manche Dinge einfach so sind. Aber von dem ganzen Konstrukt her, das da aufgebaut wurde, konnte ich mit der Geschichte mitgehen. Ich weiß nur nicht, wieso immer die wichtigsten Zettel und die wichtigsten Anweisungen in solchen Romanen immer so vernachlässigt werden, dass sie in irgendwelchen Ecken landen, wo kein Mensch sie findet. Ich hatte am Ende schon das Gefühl, dass die Tatsache, wieso das Ganze nicht früher geklärt wurde, an einem blöden Zufall hing. Den Zufall habe ich gerade noch mal so durchgehen lassen, sodass die Geschichte am Ende für mich okay war, wie sie zu einem Abschluss gekommen ist. Natürlich erwarte ich jetzt hier, wie gesagt, nicht die rationalste Lösung. Aber doch hatte das hier seinen Flair. Natürlich ist es noch mal was anderes, wenn man allein in einem alten Haus ist und es ist nachts und der Strom geht nicht und da muss man sich erst warm machen, weil es so kalt ist. Und dann schmeißt man den alten Holzofen an. Also Adrian ist in keiner einfachen Situation ohne Geld in diesem Haus mit offensichtlichen Dingen, die da abgehen und offensichtlichen Dingen, die in dem Haus geschehen sind. Und natürlich möchte sie der ganzen Sache auf die Spur gehen. Sie lernt dann ein paar Frauen aus diesem Dorf kennen und da hat natürlich jeder seine eigene Theorie, was in diesem Haus passiert ist. Aber eine von denen kennt sich ganz besonders gut mit Ashburn House aus. Es gab ja so ein paar Dinge, die Adrian nicht gemacht hat, die dann essentiell für den Verlauf der Geschichte sind, dass die Geschichte eben so weitergeht. Ich habe mir ja lange überlegt, ob ich einfach das gemacht hätte, was ich dachte, was sie hätte machen sollen. Aber ich weiß nicht, ob das einfach eine Typfrage ist, was man in der Situation gemacht hätte. Ich denke, es ist einfach eine Typfrage. Also in dem Haus selber hat es verschiedenste Anweisungen. Eine Anweisung ist zum Beispiel, zünde ein Licht an. Und es wurde in den Tisch geritzt. Zünde ein Licht an. Und dann habe ich mich oft gefragt, wieso Adrian kein Licht anzündet. Aber dann dachte ich auch, woher will ich wissen, ob die guten Geister das hingeschrieben haben? Vielleicht haben das die bösen Geister hingeschrieben. Deswegen konnte ich diese Logikfragen dann in beide Seiten interpretieren. Also bei einem großen Buch fällt es mir manchmal echt schwer zu überlegen, was ich jetzt gemacht hätte. Hat jetzt der gute Geist geschrieben, ich soll ein Licht anzünden? Oder war es der böse Geist, der gerne ein Licht hätte? Die Dinge, die hier passiert sind, die haben auch eine gewisse Einzigartigkeit. Also sie macht sich schon die Mühe, irgendeine Hintergrundgeschichte zu diesem Geisterwesen zu erfinden. Irgendein Konstrukt dafür zu finden. Sie macht sich schon die Mühe, das irgendwie herzuleiten, wie das Entstehen sein könnte. Und das unterscheidet sich doch stark zu dem, was ich in Carrow House gelesen hatte. In Carrow House hatte sie auch eine eigene Theorie, wie diese Geisterwelt oder diese geisterhaften Energien entstanden sein könnten. Aber hier bietet sie nochmal eine andere Art, wie eine Geisterwelt entstanden sein könnte. Und das finde ich so gut bei Darcy Coates, dass sie nicht einfach sagt, da ist ein Geist, der Geist verfolgt uns nun, wir sind in Gefahr. Sondern dass sie sich auch immer eine Hintergrundgeschichte dazu ausdenkt. Dass sie uns verschiedenste Arten von Geisterenergien gibt, verschiedenste Arten, die durch diese Energien entstehen. Dass diese mysteriösen Dinge eben die Fähigkeit haben, verschiedenste Dinge zu tun. Das kann sie eben abwechslungsreich gestalten und auch die Art, wie sie den Geschichten dann auch noch eine Begründung gibt und einfach versucht, eine Begründung für so etwas zu finden. Das ist ja doch mehr, als manch ein Autor macht. Für manche Autoren langt es ja, wenn Geister einfach existieren. Punkt. Aus. Sie macht sich noch die Mühe, die Geschichte irgendwie so darzustellen, dass man irgendwie eine Begründung dafür finden könnte, wie diese Energien entstanden sein könnten. Wisst ihr, ihre Geschichten wollen ja nie mehr als eine Geistergeschichte sein. Aber sie macht sich trotzdem die Mühe, vollwertige Protagonisten hinzustellen. Sie macht sich trotzdem die Mühe, dem Protagonisten eine Lebensgeschichte zu geben, diesem Haus eine Geschichte zu geben und die Handlung so zu gestalten, dass man nicht das Gefühl hat, es ging ja einfach nur darum, noch ein Buch auf den Markt zu werfen und noch eine gruselige Geschichte zu erzählen, sondern dass sie sich die Zeit nimmt, Atmosphäre aufzubauen. Dass sie sich die Zeit nimmt, innerhalb der Geschichte Beziehungen aufzubauen. Sie nimmt sich die Zeit. Und ich denke halt, man kann Horrorgeschichten schreiben, man kann Action-Geschichten schreiben, man kann Geschichten über koreanische Mythologie schreiben, man kann all das gut schreiben, wenn man auf ein paar Dinge Wert legt. Nur auf ein paar Dinge muss man Wert legen. Aber wenn man auf gar nichts Wert legt, dann wird es halt nichts. Und bei Darcy Codes merke ich aber, dass sie eben Wert drauf legt, dass ihre Gruselgeschichten auch gruselig werden. Dass es nicht darum geht, den nächsten Splatter erzählen zu können und das nächste Buch auf den Markt zu werfen, sondern dass es ihr um die Geschichten geht, die sie erzählt. Dann habe ich zum dritten Mal in meinem Leben Hertha Müllers Atemschrauge gelesen. Das erste Mal habe ich so 2010 rum gelesen. Dann habe ich es vor drei Jahren noch mal gelesen. Und jetzt habe ich es noch mal gelesen, weil ich es in einem Buddy Read mit Fabienne von Japan Connect gelesen habe. Sie wollte das Werk zum ersten Mal in ihrem Leben entdecken und ich wollte unbedingt dabei sein, wenn sie zum ersten Mal dieses Werk von Hertha Müller entdeckt. Es ist wirklich eins der Werke für mich, von denen ich behaupte, wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre ich nicht, wer ich heute bin. Sie hat mir mit diesem Werk einfach zu einer Zeit so viele Augen geöffnet, wo ich überhaupt nicht mal wusste, dass ich Augen habe, wo ich überhaupt nicht mal wusste, dass ich irgendwas wahrnehmen könnte. Sie hat mir so eine andere Art gezeigt, wie man Bücher schreiben kann, wie man Dinge beschreiben kann, wie man Erlebnisse beschreiben kann. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. Und ich habe sie eben in einem jungen Erwachsenenalter gelesen, wo ich sehr viel gelesen habe und sehr wir gelesen habe, aber noch nicht wirklich einen eigenen Lesegeschmack hatte, wo ich einfach gelesen habe, was ich dachte, dass man lesen würde. Und Hertha Müllers Atemschaukel war so einzig und alleinstehend in dem, wie diese Leseerfragung war, weil sie die erste war, die mir eben gezeigt hat, dass man Werke auch anders schreiben kann. Und diese Wucht, die dieser Einschlag hinterlassen hat, dieser Krater, der sich da gebildet hat, der hat mich für mein Leben geformt. Das war so der Moment, in dem ich mich der höheren Literatur zugewandt habe. Das war auch der Moment, in dem ich angefangen habe, nach Geschichten zu suchen, die vielleicht Dinge behandeln, die mich bewegen, nach Geschichten zu suchen, wo ich vielleicht Motive aus meinem Leben wiederfinde. Das war so der Moment, wo mir klar wurde, dass man so viel mehr in Büchern finden kann, als nur eine Geschichte. Und deswegen halte ich dieses Buch für immer in Ehren und habe, mir für diesen Buddy Read auch eine neue Ausgabe gekauft. Also ich habe diese Ausgabe noch aus dem Jahr 2010, das damals meine Mutter beim Bertelsmann Club für mich bestellt hatte. Und für den Buddy Read habe ich mir jetzt noch mal die Taschenbuchausgabe neu gegönnt, weil ich in diesem Buch einfach reinschreiben wollte. Ich habe am Anfang sogar versucht zu markieren, aber ich bin nicht mehr hinterhergekommen mit den Markieren, weswegen ich einfach dazu übergegangen bin. Ich bin einfach komplett dazu übergegangen, ins Buch reinzuschreiben. Das ist auch ein Buch und ein Werk, mit dem ich arbeiten muss. Also ich musste da reinschreiben. Ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt Hertha Müller zu lesen und nicht reinzuschreiben. Ganz oft habe ich auch einfach nur Hertha Ausrufezeichen reingeschrieben, weil ich nicht mehr wusste, wie ich noch klar machen solle, dass Hertha einfach härter ist. Aber dieses Werk ist kein einfaches Werk. Ich kenne viele Stimmen, die sagen, ich konnte es nicht zu Ende lesen, da passiert ja gar nichts. Was ist denn da los? Ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen. Es ist ein Werk, das erarbeitet werden will an manchen Stellen. Es ist ein Werk, das einen ratlos zurücklässt an vielen Stellen. Und es ist ein Werk, das einfach von seiner Thematik her sehr schwer auszuhalten ist. Wir begleiten Leopold Auberg und im Fokus der Geschichte steht eben die Deportierung der deutschen Minderheit nach Russland. Also es war kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, als den Russen eingefallen ist, hey warte mal, die Rumänien waren doch zuerst auf Deutschlands Seite und nun sind sie auf unserer Seite. Wie wäre es, wenn wir uns Leute aus Rumänien schnappen und die sollen Reparaturleistungen in Russland leisten? Reparaturleistungen. Und die Russen hatten sich auch schnell darauf geeinigt, dass die deutschstämmige Minderheit in Rumänien für diese Reparaturleistungen aufkommen sollte. Das heißt, sie haben Menschen verschleppt, deportiert und diese Menschen mussten dann unter den niedrigsten Bedingungen in russischen Arbeitslagern arbeiten. Viele davon sind verstorben, viele davon sind nicht mehr in das Haus zurückgekehrt und viele davon haben eben ihr Leben lang einen bleibenden Schaden davon behalten. Man kann sich die Zustände hier nicht vorstellen, deswegen finde ich es so wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Zustände hier beschreiben können und es auch so beschreiben können, dass man irgendwie nur ein Funken davon bekommt, wie es wohl gewesen sein könnte. Wir halten uns hier in Sphären auf, wo man als Normalsterblicher eigentlich nicht hinkommt. In Sphären, wo der Hunger so groß wird, dass man meint, man besteht nur noch aus Hunger. Auch die Art und Weise, wie Hertha Müller immer wieder klar macht, wie viel Hunger ein Mensch haben kann. Auf wie viele verschiedene Arten und Weisen ein Mensch Hunger haben kann. Wie zu diesem einen Hunger, den man die ganze Zeit hat, immer noch mehr Hunger dazu kommt, weil man nie satt wird. Wie man auch Angst hat, dass der Hunger der anderen auf einen abfärbt und man dann immer noch mehr Hunger hat und sich den Hunger der anderen irgendwie noch einsammelt. Es ist einfach nicht vorstellbar, wie man das überleben soll. Wenn man eben bedenkt, wie diese Arbeitslager einfach von der Struktur so aufgebaut waren, dass die Menschen da zugrunde gehen. Also es steht völlig außer Frage, dass jemand unter solchen Konditionen gute Arbeit leisten kann. Die Menschen waren ab dem Moment, wo sie von zu Hause weggenommen wurden, ab dem Moment waren die Menschen mangelernährt. Mangelernährt und das über fünf Jahre hindurch, wo man schwerste körperliche Arbeit leisten muss, wo man fern von allem ist, was einem jemals lieb und nah war, wo man einfach so verloren von dieser Welt ist. Und Hertha Müller macht in so vielen Aspekten klar, wie schwierig dieser Lageralltag da war, wie schwierig auch die Situation war, wie viele Aspekte diese Situation so schwierig gemacht haben. Auch die Tatsache, dass die Leute nicht mal wussten, wo genau sie sind. Also selbst wenn jemand fragt, wo bist du denn? Ich könnte es ja nicht mal sagen. Ich könnte auch nicht mal sagen, wo meine Heimat ist, weil ich bin in einem Land, dessen Sprache ich nicht mal spreche. Also die verschleppten Deutschen, die sprachen ja kein Russisch. Bestenfalls gab es einen oder zwei, die ein paar russische Wörter kannten und so eben als Dolmetscher fungieren konnten. Aber man konnte einfach nicht anders, als sich dort so verlassen und verloren zu fühlen von der ganzen Welt. Und als wäre der Lageralltag nicht schon bedrohlich genug und nicht erschwerlich genug, bringt es Hertha Müller eben noch fertig, diese ganzen Konstrukte und diese ganzen belastenden Aspekte zum Leben erwachen zu lassen. Sie bildet einen Hungerengel. Sie lässt das Meldekraut zum Leben erwecken. Sie erschafft den Haar so weh. Also sie hat die Kunst, Dinge zum Leben zu erwecken, die eigentlich Dinge sind. Und dann macht sie sich noch einen Witz daraus und schreibt dann irgendwo in dem Satz, der Hunger ist ein Gegenstand. Man fühlt sich manchmal recht verloren zwischen all dem, was Hertha Müller zum Leben erweckt und all dem, was sie wieder sterben lässt und all dem, was jetzt plötzlich ein Gegenstand ist und mit dem wir jetzt zu kämpfen haben. Man muss da schon gut bei der Sache bleiben, um noch zu wissen, okay, was war dieses Konstrukt und wie war nochmal unser Hungerengel entstanden und warum war jetzt dieses Symbol nochmal da und auch so, was ist dieses Symbol nochmal entstanden. Da braucht man schon einiges an Zeit, bis man durch Hertha Müller durch ist. Aber ich sage es euch gleich, bei Hertha Müller geht es nie um den Plot, bei Hertha Müller geht es nie um das Offensichtliche, bei Hertha Müller geht es immer um all das, was dazwischen steckt und all das, was einen innerlich aufrisst und all das, was einen verfolgt und nicht loslässt und was einen einfach keine Ruhe lässt. Und deswegen finde ich es so gekonnt, dass sie in diesem Werk so vieles zum Leben erwecken lässt, dass es in diesem Werk um vieles geht, was mit der Arbeit einfach zu tun hatte. Es geht um viele Baustoffe, es geht um Zement, es geht um viel Werkzeug und dann gibt es aber auch Dinge, die eine gute Ausstrahlung haben und eben für was Gutes stehen, wie zum Beispiel das weiße Taschentuch, das unser Leopold immer noch in seinem Koffer hat. Also wir haben so viele Symboliken und so viel, was unser Protagonist durchmacht und so vieles, was uns immer wieder verfolgt und das Heimweh, das immer wieder kommt. Und durch diesen ganzen Aufbau, den sie hervorgenommen hat, durch all die Dinge, die sie zum Leben erweckt hat, durch die ganzen Konstruktionen, die sie uns hier wortspielerisch hingebaut hat, durch all das wird klar, was für eine lebensverändernde Erfahrung diese Lagerzeit war. Wie jede einzelne Zelle durch diese Lagerzeit ausgetauscht, umgedreht wird, wie man einfach nicht mehr als der gleiche Mensch aus dieser Zeit herauskommen kann. Wie es unmöglich ist, sowas durchzumachen, ohne dass man ein veränderter Mensch ist. Und dieses sich von seinem Schicksal, von dieser Willkür dieser Machthaber so verändern lassen zu müssen, dieses Schicksal durchzumachen, diese Willkür und auch diese Ungerechtigkeit, dass man als Mensch jetzt mit diesem Schicksal leben muss, obwohl man nie danach gefragt hat, obwohl man nie was für den Krieg konnte, obwohl man selbst nicht mal im Krieg war. Und plötzlich wird man verantwortlich gemacht für irgendwelche Kriegsschäden, die in Russland entstanden sind. Und das kann man eben als Autor nicht machen, indem man dem Leser Honig um den Mund spürt. Da muss man eben in die Emotionen reingehen, da muss man in diese Verletzung reingehen, da muss man diesen Schmerz spüren, da muss man diese schweren Worte aufschreiben und dann muss man so viel Tamtam und Trara machen. Dann braucht man diese Worte, man braucht diese Poesie. Wer soll das sonst aushalten, Leute? Wie sollte sie all das klar machen, was sie hier klar macht, wenn sie nicht die Worte verwendet hätte, die sie verwendet hat? Wie soll denn ein Buch über einen Lageralltag sein? Einfach? Bin schnell durchgekommen? Konnte ich gut wegverspannen? Es geht nicht, Leute. Bei manchen Themen geht es halt nicht. Man muss mit seinen Emotionen sitzen und man muss diese Emotionen aushalten. Und dafür braucht man die richtige Sprache. Und es ist eben keine Sprache, die sich leicht lesen lässt. Es sind keine Strukturen, die man leicht verarbeiten kann. Es sind Dinge, mit denen Hertha Müller einen immer wieder einholt, einen immer wieder jagt. Es sind so Gespenster, die Seiten später wieder auftauchen. Und doch ist es für mich einfach die höchste Kunst dessen, was ich in Büchern lesen möchte. So wie sie es hier macht, mit all dem, was sie kann. Mit all dem, wie herzzerreißend sie die Dinge beschreibt. Mit all dem Zerrissensein in diesem Lageralltag, dass man überleben will, aber eigentlich gar nicht mehr leben will. Dass man nicht so existieren möchte, aber doch überleben muss, wenn man einfach anders existieren möchte. Und es ist einfach ein Wunder, dass ich dieses Buch zum dritten Mal lese und immer nur noch mehr finde, was ich an Hertha Müller toll finde. Dass ich nur noch mehr markieren möchte. Dass ich beim dritten Mal lesen zwar manche Szenen noch gut in Erinnerung hatte, aber diese Wortgewandtheit und diese Wortgewalt von Hertha Müller mit all dem, mit dem sie uns jagt und mit all dem, was sie einem hinterherwirft und mit all dem, wo man um die Ecke spickelt, um zu gucken, ob da nicht schon wieder der Hungerengel auf einen lauert. Mit all dem hat sie für mich einfach so ein einmaliges Werk geschaffen, das für mich wie sonst keines für all das steht, was ich an Literatur liebe. Dieses Werk hat gesagt, schau Andrea, die Dinge können beschrieben sein und tausend andere Bedeutungen haben. Schau Andrea, es war mal ein junges Mädchen im Banat, das hatte nur das Schreiben, um ihre Gedanken loszuwerden. Und schau mal Andrea, dieses kleine Mädchen im Banat hat den Nobelpreis gewonnen. Und schau mal Andrea, man kann auch über andere Dinge schreiben. Und schau, es gibt Menschen, die haben das Gleiche erlebt wie du. Die haben Ähnliches erlebt wie du. Es gibt Menschen, die haben eine ähnliche Familiengeschichte wie du. Also es ist mit seiner Wucht, wie dieses Buch in mein Leben getreten ist. Und auch mit dieser Selbstverständnis, mit der ich damals das Buch gelesen habe. Ich war Anfang 20 Leute. Ich weiß nicht, mit welcher Muse ich das Werk gelesen habe und auch durchgehalten habe, weil mir ist jetzt klar, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich bestimmt nicht alles verstanden. Aber es war trotzdem so stark in seiner Botschaft und so stark in dem alles, was es in mir bewegt hat, was es mir beigebracht hat, dass es völlig egal ist, ob ich alles verstanden habe. Das ist auch nicht der Anspruch bei Hertha Müller. Bei Hertha Müller lese ich auch mal drei Sätze hintereinander und denke, was meinst du denn jetzt? Aber dann lese ich wieder drei Seiten und sage, vom feinsten Leute. Das ist einfach für mich eine Delikatesse und Delikatessen sollten genossen werden. Und deswegen passt es auch, dass man bei Hertha Müller gefühlt so zweieinhalb Seiten liest und dann denkt man, oh, das war aber ganz schön viel jetzt. Das ist für mich auch eine Lebensrealität, dass ich einfach für Hertha Müller viel länger Zeit brauche als für jeden anderen Autoren. Es gibt so Autoren, für die braucht man einfach länger Zeit. Und wenn ihr solche Autoren noch nicht gefunden habt, für die ihr länger braucht, dann wünsche ich euch einfach, dass ihr das findet. Jemanden, mit dem ihr länger braucht, aber mit dem ihr dieses länger brauchen auch genießen könnt. Versteht ihr das? Ich werde dieses Buch immer wieder in meinem Leben lesen und ich weiß, dass es jetzt einfach unveränderlich zu meinem Leben gehört, dass es sich damals, 2010, einfach in meine DNA geschrieben hat. Und das ist einfach für mich wirklich so ein Schicksalsbuch ist. Dieses Buch hat mir so viel durch seinen Inhalt gegeben, hat mir noch viel mehr durch Hertha Müller gegeben. Und es war einfach, wie man immer sagt, dass die Bücher ihre Leser finden. So hatte ich das Gefühl, dass Hertha Müllers Atemschauke mich gesucht und gefunden hat. Leute, ich bin der Leser für dieses Buch. Es ist für mich auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, Hertha Müller ist zu konstruiert oder es ist zu verkopft und verdacht. Mit dem kann ich leben, weil ich weiß, dass ich sie nicht anders hätte haben wollen. Also ich will keine Hertha Müller, die mir auf eine einfachere Art und Weise ihre Emotionen beibringt. Ich will sie genauso, wie sie ist. So komplex, so überbordend, so symbolisch, kryptisch, wie sie nun mal ist. So mag ich sie. Es ist ja auch so, dass ich niemals gedacht hätte, dass dieses Werk beim dritten Mal lesen so unangerührt immer noch auf dem Podest steht und sagt, ich bin Hertha Müllers Atemschaukel. Guck, wie toll ich bin. Und trotzdem steht es da immer noch, Leute. Ich bete dieses Buch nur noch mehr an, seitdem ich es das dritte Mal gelesen habe, weil es beim dritten Mal immer noch so heftig war und immer noch so gut war. Und ich habe mich nicht satt gelesen an Hertha Müller. Ich denke, die meisten von euch kannten schon meine überaus große Liebe zu Hertha Müller, aber sie hat das, was ich bei Schriftstellern am allermeisten liebe. Und es ist einfach die Tatsache, dass keiner so schreibt wie Hertha Müller. Hertha Müller hat erfunden, wie Hertha Müller zu schreiben. Und deswegen liebe ich sie so sehr. Das ist was, das einem niemand wegnehmen kann. Und es ist etwas, was eine hohe Kunst ist. Und für diese Kunst braucht man einen Moment und für diese Kunst braucht man gute Nerven. Aber das ist einfach wirklich für mich ein Schicksalsbuch und ein Lebensbuch. Ich weiß nicht, ob es ein Buch gibt, das so tiefgründig, so viel in mir aufgewühlt hat wie Hertha Müllers Atemschaukel. Damals und immer wieder. Markus Ramm sei ja in einer unmöglichen Nacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich über dieses Buch gestolpert war. Auf jeden Fall waren die Rezensionen dazu so, dass ich es unbedingt lesen wollte. Nämlich wurde in mehreren Rezensionen gesagt, dass die Sprache so besonders sein soll. Markus Ramm sei ja war Lehrer, Journalist und Verlagslektor. Er ist 2019 einem Krebsleiden erlegen. Und hier in dem Buch begleiten wir Jana. Jana kommt aus der Ukraine. Sie gehört zu den Schweizerdeutschen Minderheiten in Russland, wovon ich auch nicht wusste, dass es das gibt. Dass es deutsche Minderheiten in Russland gibt, das wusste ich. Aber Schweizerdeutsch explizit war mir jetzt neu. Auf jeden Fall gehörte Jana eben zu dieser Schweizerdeutschen Minderheit in Russland. Und sie arbeitet als Dolmetscherin und kommt so eben in Kontakt mit Viktor. Viktor ist ein reicher Schweizer. Er interessiert sich für die Kunstszene. Und so laufen sich Jana und Viktor eine schönen Gala abends über den Weg. Und es dauert auch nicht lang, bis Jana ihre Koffer packt und zu Viktor in die Schweiz zieht. Hier steigen wir mit der Geschichte ein. Wir sind mit Jana bei Viktor in der Schweiz angekommen. In diesem Anwesen, das Viktor nun mal hat. Und besuchen jetzt eben die Mutter von Viktor. Sehr schnell wird klar, dass hier andere Dynamiken herrschen, beziehungsweise dass diese Familie eben ihre ganz besondere Dynamik hat. Und wir lernen eben durch Viktor einen Menschen kennen, der sein Leben lang eigentlich nichts tun musste. Also für ihn ist finanziell gesorgt, versteht ihr? Er muss nichts machen. Er müsste von sich aus jetzt einfach nichts machen. Geld ist da. Und das bringt natürlich einen gewissen Pfeffer in die Ehe der beiden, wo wir Jana haben, die eben gucken musste, wie sie ihre Brötchen verdient, die eben als Dolmetscherin dann tätig war und die sich dann eben um ihren Unterhalt selbst kümmern musste. Es ist jetzt kein Plot, bei dem besonders viel passiert. Aber es ist ein Plot, der mich doch interessiert hat. Wie gesagt, zum einen sollte die Sprache so besonders sein und zum anderen stelle ich mir das eben besonders schwierig vor, wenn Menschen aus so zwei unterschiedlichen Biografien aufeinandertreffen. Eben dieser eine Mann, der alles kann, aber nie was musste. Und dann eben Jana, der einfach immer gucken musste, dass sie klarkommt. Deswegen hat mich diese Dynamik schon interessiert und vor allem hat mich interessiert, wie sich diese Ehe der beiden dann entwickelt. Also sozusagen ist ja Janas Traum wahr geworden. Aber man ist ja jetzt ein paar Tage erwachsen. Jeder weiß, nicht alles, was wie ein Traum erscheint, ist dann auch tatsächlich ein Traum, wenn es Realität wird. Und natürlich ziehen bald Gewitterwolken im Paradies auf. Und das Ganze ist doch nicht so, wie Jana sich das vorgestellt hat. Ich frage mich noch ein bisschen, was uns der Autor damit sagen wollte. Also die klassische Fragestellung, welche Intention hatte der Autor, die konnte ich mir noch nicht ganz beantworten. Aber es ist jetzt kein typischer Eheroman. Es hat eher so den Gedanken, wie Menschen einfach unterschiedlich sind, wenn der eine so viel Geld hat, dass es eigentlich egal ist, welche Entscheidung er trifft, weil er kann sich leisten, dass beide Entscheidungen schlecht ausgehen. Und wie man dann eben dem gegenüber ein Mensch hat, der um alles in seinem Leben kämpfen musste oder es sich verdienen musste oder dem einfach nichts in den Schoß gefallen ist. Diese Kluft zwischen den beiden, die ist in diesem Werk einfach sehr gut deutlich geworden. Auch wie derjenige, der es riskieren kann, immer falsch zu liegen, weil einfach so viele finanzielle Mittel da sind, wie derjenige, der es riskieren kann, immer falsch zu liegen, auch immer dumme Entscheidungen trifft. Wie man einfach manchmal nicht klüger aus seinen Entscheidungen wird, weil man einfach so viel Kohle hat, dass es eh egal ist, wie die Entscheidungen ausgehen oder eh egal ist, welche Konsequenzen meine Entscheidungen haben. Also dieses nicht mit Konsequenzen konfrontiert sein und die laissez-faire-Haltung, die sich daraus eben ergibt, die habe ich gut in Viktor wiedererkennen können. Dieses Fahrige, dieses Rastlose, dieses Haltlose, er wirkte manchmal so zerstreut in allem, aber er wirkte so zerstreut in allem, weil er sich auch einfach so gesehen auch einfach hätte um alles kümmern können. Also egal, was Jana sagt, hier und da, das Geschäft von dem und dem läuft nicht gut, Viktor weiß immer, wie es besser laufen könnte. Er nimmt sich auch ständig Sachen an, nur weil er denkt, ich kann mich ja darum kümmern, aber nicht wirklich, weil man das Gefühl hat, Viktor wäre jemand, der sich gern um Dinge kümmert, einfach nur um Jana oder irgendjemandem klarzumachen, dass er die Macht hat, sich um solche Dinge zu kümmern. Also in Viktor ist wirklich sehr gut gelungen, jemanden darzustellen, für den es einfach prinzipiell egal war, wie er sich entschieden hat, weil die Familie hatte immer Geld. Und das macht viel mit einem und das macht auch viel mit der Wichtigkeit von Entscheidungen und der Wichtigkeit von Konsequenzen. Wenn Konsequenzen nie Konsequenzen sind, auf welcher Grundlage soll man dann entscheiden? Auf welchen Werteverhältnissen sollte man sich dann beruhen? Welche Erfahrungswerte hat man denn jemals mit schlechten Entscheidungen gesammelt? Gar keine. Und genauso hat man das Gefühl, ist Viktor auch in diese Ehe geschlittert. Nicht, weil er heiraten wollte, sondern weil er sich dachte, er könnte es gerade. Ah ja, ich könnte ja heiraten, dann mache ich das auch. Und auf der anderen Seite haben wir eben Jana, die frisch in die Schweiz migriert ist und versucht eben dort Fuß zu fassen und versucht dort Aufgaben zu finden, die ihrem Alltag Sinn geben. Und die Ehe der beiden gerät in eine Schieflage, was zum einen Jana zugutekommt, weil sie sich jetzt intensiver um sich selbst kümmern kann. Aber natürlich, so eine in Schieflage geratene Ehe ist jetzt nicht das Rezept für die Zukunft. Die Lage muss geklärt werden. Also die beiden sind anfangs schon von einer starken Liebe und Zuneigung voneinander getrieben und die beiden verbindet auch die Liebe zur Kunst. Hier steht vor allem eine Ameisenkönigin immer wieder im Mittelpunkt ihrer Liebe. Natürlich haben wir hier auch noch Jana, die sich weiterentwickelt, weil sie eben in der Schweiz eine sinnvolle Aufgabe verfolgen möchte und nicht nur Dolmetscherin sein möchte. Sie hat natürlich auch Pläne für die Zukunft und sie erhofft sich wirklich, dass sie in der Schweiz eine Familie gründen und glücklich werden kann. Aber in Victor hat sie irgendwie nicht den Typen gefunden, mit dem man so richtig glücklich werden kann, weil Victor irgendwie ständig getrieben ist von der Tatsache, dass er alles machen könnte, aber nichts machen muss. Und diese Schlucht, die zwischen den beiden ist, die wird im Verlauf der Geschichte einfach immer breiter und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie die zwei überhaupt heiraten konnten oder was die zwei überhaupt irgendwie mal gemeinsam hatten, dass sie dachten, sie könnten eine Familie oder einen Alltag zusammengestalten. Das hat mir sprachlich sehr gut gefallen. Ich muss den ganzen Rezensionen recht geben, die gesagt haben, es war sprachlich mal was anderes. Es war nichts Überkonstruiertes. Es war nichts, das zu viel wollte. Es war einfach ein gutes Gefühl für schöne Beschreibungen drin und es war aber auch einfach ein gutes Gefühl für Janas Emotionen mit drin. Also Jana geht es durch das Buch hindurch nicht immer gut. Sie verhält sich nicht immer so, dass ich sage, ja, hätte ich genauso gemacht. Aber ich finde doch, dass man ein gutes Gefühl für Jana bekommen hat und für die Lage, in der sie sich befindet und für die Dinge, die Jana eben bis dahin geprägt haben. Es wird eben klar, wie verschieden die zwei sind und wie es mit den Zweien eigentlich nie hätte klappen können. Aber irgendwie dachten die beiden, die Liebe wird es schon richten. Und dann lernt man eben, dass die Liebe es eben nicht richtet oder die Liebe zumindest nicht alles richtet. Es hat jetzt auch ein bisschen mit der Vorstellung aufgeräumt, nur wenn man in ein besseres Land geht, geht es einem auch besser. Nicht unbedingt. Nein, das ist einem schon klar. Aber es hat eben gut dargestellt, wie sich diese Schweizer Bergidylle sehr schnell für Jana in einen Albtraum verwandeln konnte. Es reicht ja heutzutage nicht einfach zusammen sein zu wollen. Es kommt eben darauf an, ob man dann zwei Erwachsene ist, die es hinkriegen oder zwei Erwachsene, die es nicht hinkriegen. Es gibt keinen Zwischenweg. Also entweder man packt es oder man packt es eben nicht in der Liebe. Und die beiden versuchen es zu packen. Aber es wird eben gleichzeitig klar, dass es nicht langt, sich in dieser Situation eben nur zu lieben. Also die beiden können einander nicht nachvollziehen, weil die beiden einfach unterschiedliche Werte haben in den verschiedensten Dingen. Und da, wo es Jana darum geht, gute zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, da geht es Viktor oft nur darum, wer Recht hat und wer nicht Recht hat und was sein Recht ist und was er in dieser Position darstellt. Und deswegen ist es eine gute Geschichte darüber, wie erwachsene Menschen Dinge gerne hätten, aber sie einfach vernünftig so nicht möglich sind. Für mich war die Geschichte, die ich erzählt wurde, mal eine andere und sie wurde für mich auch in einem sehr poetischen Stil erzählt. Jana hat sehr schöne, beschreibende Gedanken. Jana macht sich auch viele Gedanken, aber es nützt ja alles nichts, wenn man die Einzige ist, die sich Gedanken macht. Für mich war das mal eine andere Geschichte über eine Ehe. Eine Geschichte darüber, warum manche Ehen eben nicht funktionieren können, so sehr man es auch willte. Und es war auch eine rationale Geschichte darüber, wie sich zwei erwachsene Menschen, obwohl sie geheiratet haben, irgendwann dann entfremden können. Und Markus Ramseyer hat jetzt noch die Sprache gefunden, so eine Geschichte zu erzählen, so eine Geschichte poetisch zu erzählen, sodass mich seine Sprache bei der Stange halten konnte, wo es plottechnisch für mich nicht immer klar war, wo er mit mir hingehen möchte. Es ist auch nicht der Plot, der hier dominiert, sondern es sind wirklich so die feinen Zwischentöne der Ehe. Und es ist wirklich der Schreibstil des Autoren, der diese Geschichte hier gut beieinander hält. Dann habe ich diesen Monat die unkorrekte Biografie von Mahler illustriert gelesen, nachdem ich letzten Monat die Biografie über Franz Kafka von Mahler gelesen habe und sehr gemocht habe. Und jemand von euch hatte mich in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es das Ganze auch von Thomas Bernhardt gibt. Also habe ich mir das Ganze natürlich gleich bestellt. Ich brauche es gar nicht mehr dazu sagen. Ich bin ein riesengroßer Thomas Bernhardt-Fan. Ich liebe ihn einfach so, so sehr, weil er das hat, was ich so, so sehr liebe, nämlich keiner schreibt wie Thomas Bernhardt. Und das Allerbeste an Thomas Bernhardt finde ich immer, dass er nie irgendjemandem irgendwas vorgemacht hat. Auch in diesem Werk lernen wir Thomas Bernhardt kennen mit all dem, wie Thomas Bernhardt ist. Und Thomas Bernhardt ist eben ein Mensch und er ist nicht immer angenehm. Aber wir erfahren eben auch, wie aus Thomas Bernhardt so ein unangenehmer Mensch werden konnte. Er hatte eine furchtbar schwierige Kindheit. Und wenn man bedenkt, was für eine Kindheit er hatte, stellt man sich eigentlich die Frage, wie es ihm noch so gut gehen konnte. Er war sein Leben lang auch ein leidgeplagter Mensch. Er war ja chronisch krank. Er hat sein Leben lang den Tod im Nacken gehabt, sozusagen. Deswegen versteht man schon, dass man da ein bisschen zynischer wird als andere, ein bisschen sarkastischer, ein bisschen nihilistischer wird als andere. Aber Thomas Bernhardt hat da eben nie ein Hehl draus gemacht. Er hat auch nie ein Hehl draus gemacht, dass er berühmt werden wollte. Hauptsache berühmt werden. Er hat auch nie ein Hehl draus gemacht, dass er mal ungemütlich werden konnte. Und er hat nie versucht, irgendjemanden Honig um den Mund zu schmieren. Deswegen liebe ich Thomas Bernhardt so, so sehr. Weil er nicht schreibt, was der Leser gerne lesen würde, sondern das, was er schreiben möchte. Natürlich macht dieses Werk nur Sinn, wenn man sich für Thomas Bernhardt interessiert, für die Person Thomas Bernhardt und was er eben im Literaturzirkus für eine Bedeutung hatte. Hier waren schon noch ein paar Sachen drin, die mir einfach die Person Thomas Bernhardt ein bisschen näher gebracht hat, den Mensch Thomas Bernhardt ein bisschen näher gebracht hat und mir einfach seine Menschlichkeit noch mal vor Augen geführt hat. Wie er auch einfach für viele einfach ein unangenehmer Mensch war. Aber sich dessen einfach auch bewusst war. Aber er hat ja auch nie ein Hehl draus gemacht. Er stellt ja in seinen Werken, stellt er immer über allem die Menschlichkeit. Und da gehört nun mal dazu, dass man die einen so hasst und sich selbst dabei genauso hasst, weil man ja auch nicht besser ist als die. Also Thomas Bernhardt nimmt sich selbst nie aus allem raus, wenn er sagt, ich hasse die Menschen so sehr, dann hasst er sich selbst auch so sehr. Er nimmt sich nie aus seinem eigenen Hass raus. Und deswegen kann ich diesen Mann auch ernst nehmen, weil er sich nicht rausnimmt, sondern sagt, ich bin genauso verloren wie ihr. Ich bin genauso unterster Bodensatz wie ihr. Er nimmt sich aus dem Ganzen nie raus. Und jede Anklage, die er an die Menschheit richtet, richtet er auch gleichzeitig an sich selbst. Und deswegen kann ich ihn ernst nehmen. Es hat mir einfach noch mal mehr klargemacht, wieso Thomas Bernhardt so gelitten hat, wieso er nur leiden konnte, wie man mit so einer Kindheit einfach nur leiden kann. Und es hat mir klargemacht, dass es ihm eigentlich, wenn man eben bedenkt, wo er herkommt, hat er dann ziemlich viel in seinem Leben erarbeitet und hat vor allem einen Wohlstand erarbeitet, den er sich so wahrscheinlich niemals hat vorstellen können. Also irgendwas hat er dann doch richtig gemacht in seinem Leben, der Thomas Bernhardt, obwohl er von Anfang an so unfassbar schlechte Karten im Leben hatte. Das ist einfach nicht zu vergleichen mit einem Stefan Zweig, der wohl behütet in Wien in einem guten Haus aufwächst. Das sind einfach Lebensrealitäten, die nicht ferner voneinander sein könnten. Und ich finde, in Thomas Bernhards Schmerz, da steckt diese eine Funke Authentizität und den kann ihn keiner nehmen. Und diesen Funken Authentizität, den kann man eben nur so weitergeben, wenn man das hier durchgemacht hat. Und das spürt man bei ihm. Und man spürt auch gleichzeitig, dass er sich von jeder Anklage nicht selbst rausnimmt, dass mit jeder Anklage auch er gemeint ist, weil er genauso ein Mensch ist. Also ich denke auch, dass Maler die Biografie von Hertha Müller sehr gut hinkriegen würde. Ich glaube, er würde es auch hinkriegen, sie zu malen, dass ich sie wiedererkenne. Und natürlich, was er auch unbedingt noch machen muss, ist Arno Schmitz' Biografie. Wenn er die noch so hinkriegt. Ich würde mich sehr drüber freuen. Dann wird es ab diesem Jahr keine Statistik mehr geben, weil ich einfach lesen möchte und Spaß damit haben möchte. Und der Rest interessiert mich gar nicht. Also ich habe sechs Bücher gelesen. Ich hatte eine gute Zeit. Ich bin glücklich. Dann dürft ihr mich noch wissen lassen, welche Bücher euch durch den Januar begleitet haben. Ich freue mich, von euch in den Kommentaren zu hören. Wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, dann danke ich euch von ganzem Herzen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Hallo? Hallo? Jetzt hatten wir hier schon Einfach hilfreich ist ich mich Einfach hilfreich ist Einfach hilfreich ist Letztes Jahr habe ich von Letztes Jahr habe ich Wieso zeige ich es nicht einfach? Dann brauche ich es nicht einblenden. Nicht will, dass es immer nur blutig und brutal ist und dass ich eben merke, dass sie die Geschichte von jemandem Was will ich sagen? Wieso geht mein Akku ganze Zeit leer? Ich finde es auch notwendig, dass sie diese Dinge nimmt und die Dinge zum Leben erweckt und die Dinge aber auch vergegen Vergegen Gegenständlicht Vergegenständlicht? Ist das ein Wort? Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt wieder aufstehe, weil ich zum achten Mal vergessen habe, mir was zu trinken zu holen. Ich kann es nicht glauben,